Willst du bestimmen, was im Disney Channel läuft? Ich bin dabei. Ja! Hört sich jut an! Dann mach mit beim Disney Channel Wunschprogramm. Was du dafür machen musst, erzähl ich dir jetzt. Dann sollten wir uns wohl auf den Weg machen. Mach ein Video, in dem du von deinem Wunschprogramm erzählst. Action! Stillhalten! Lächeln! Fantastisch! Wahnsinn! Dein Video sollte nicht länger als zwei Minuten lang sein. Ist okay für mich. Ich seh da kein Problem. Ganz wichtig, frag deine Eltern um Erlaubnis, bevor du dein Video schickst. Das ist doch jedes kleine Kind. Ja, ich wusste das nämlich auch. Danke. Können wir auch mitspielen? Teilnehmen kannst du, wenn du bei der Einreichung des Videos zwischen 6 und 13 Jahre alt bist. Oh yeah! Also, wer bald 14 wird, sollte sich beeilen. Warum gehst du endlich los? Jede Sekunde zählt. Such dir einen geeigneten Ort aus, an dem du dein Video aufnehmen willst. Hm. In ein Schloss, in ein Schloss, bitte sag Schloss. Überleg dir ganz genau, was du für dein Wunschprogramm auswählen möchtest. Oh, ich werfe was Lustiges, wo der Feind am Ende plattgemacht wird. Was guckst du am liebsten? Ich dachte schon, du fragst nie. Miraculous? Du bist die Auserwählte! DuckTales? Ja! Oder vielleicht mich? Geh auf DisneyChannel.de und lade dein Video hoch. Das war's. Oh, ich bin so aufgeregt. Mit etwas Glück wirst du von mir überrascht. Und das ist der zweite Teil der Überraschung. Und darfst dein eigenes Disney Channel Wunschprogramm anmoderieren. Ich bin so froh, ich könnte jemanden klutschen. Wer gewinnt bestimmt. Ich hab vor Aufregung nicht richtig zugehört.